Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Etwa 50 Online-Bestellungen gehen bei dem schwedischen Möbelhaus IKEA in Ulm täglich ein. Ein Klick von irgendwoher, der zeitgleich in Ulm einen immer gleichen Vorgang auslöst. Aus knapp 15.000 Artikeln sucht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die gewünschten Waren. Und das nicht etwa in einem Lager, sondern direkt im Verkaufsraum. Der Kunde schickt also quasi seinen persönlichen Einkäufer durch den IKEA-Markt. Ja, also ich kriege auf dieses Gerät hier die Bestellung vom Kunden direkt aus Ravensburg. Dann schnappe ich mir eine Tüte und laufe einfach durch den Laden und mache sozusagen den Einkauf für den Kunden. Die Produkte werden dann auch mit diesem Gerät hier abgescannt, damit ich weiß, was ich schon habe. Und dann geht es weiter zum nächsten Produkt. All das, was man im Einrichtungshaus findet, kann auch online bestellt werden. Diese Möglichkeit bietet sich einerseits für Kunden an, die genau wissen, was sie wollen. Wer auf das Einkaufserlebnis nicht verzichten will, kann sich im Möbelhaus auch die Inspiration holen, die Wunschprodukte online bestellen und sich Möbel, Deko oder Haushaltswaren dann ganz bequem liefern lassen. Wenn ich alle eingesammelt habe, dann komme ich hier zum Verpacken hin. Es kommt dann alles zusammen auf eine Palette und wird dann nach Ravensburg transportiert. Nach spätestens 48 Stunden kann der Kunde dann sein Produkt abholen. Ein bis zwei LKW fahren täglich in Ulm ab und liefern die Ware zur Abholstation nach Ravensburg. Dort kann der Kunde seine bestellten Artikel abholen. Das Ganze, wie gesagt, nach spätestens 48 Stunden Versandweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017